ist leider ausgegangen, wie immer. Ähm, ja, jetzt zeige ich euch, so sitzt, einmal Fenster putzen und next. Und auf dem letzten schreibe ich, hatte ich lieb Sprüche. Das heißt, liebe Sprüche, heißt süße Sprüche für die Mama. Leute, der Spruch ist so lieb. Ich habe geschrieben, weil wir Enkel ohne Flügel nicht Enkel nennen können, nennen wir sie Mama. Das finde ich mega lieb. Next. Leute, ich habe jetzt so eine wunderschöne Box im drinnen. Ich glaube, man kann es ganz gut sehen. Habe ich Watte reingemacht. Und sehr, sehr viel wunderschönes Glitzer. Man sieht schon, jetzt lege ich die Karten einfach da rein. Also, rein drücken ein bisschen. Leute, das war's mit meinem Video. Ich zeige euch jetzt, was ich alles mache, was aussieht am Ende. Ich habe das halt in der Küche hingelegt, so wunderschön. Du hast Licht. So. Mit Glitzer und halt ja geschrieben. Blaues Wasser, äh, grünes Putzen und alles. Hier seht ihr das nochmal. Und das war's mit eurem Joe.